hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge vom let's play the secret of monkey island special edition ja wir machen kurz ein rückblick was wir bis jetzt gemacht haben wir sind auf der insel angekommen und haben jetzt von den piratenanführern den auftrag bekommen die drei prüfungen abzuschließen dafür haben wir uns in der letzten folge erst mal ein bisschen kleingeld besorgt und damit gehen wir jetzt erst mal shoppen da waren wir letztes mal drin in der scuba hall so und jetzt sind wir in der stadt entschuldigen sie haben sie einen fetter namens wenn nein aber ich habe einen friseur namens dominik nah dran willst du eine karte zeigt den weg zum verlorenen schatz von mealy island es gibt nur eine einzige wertvoll sehr wertvoll für dich nur 100 gold stücke ich nehme sie gibt ein tolles geschenk ab bitte sehr eine weise entscheidung nun zisch ab ist klar sind immer sehr freundlich so noch mal ganz kurz ich habe das habe ja schon in der ersten folge gesagt ich habe es ja schon gespielt nach vor da war ich selber ein kleiner bingel also nicht wundern es ist quasi auch so eine komplett lösung und soll ich dann auch durch spiel bringen das ganze hier zeige ich euch mal einen tipp wie man noch ganz schnell zwei gold stücke bekommen kann und zwar reden wir jetzt einfach mit diesen drei piraten hey lass meine ratte in ruhe hey nette ratte magst du ratten ja ich liebe ratten ratten sind sehr intelligente lebewesen zum beispiel intelligente als freetier ja man erzählt sich sogar die geschichte dass eine truppe von ratten ein schiff von monkey island hierher gesegelt haben nein so stimmt das nicht in wirklichkeit war seine herde affen das ist ja fantastisch aber wahr als sie hier ankamen haben sie das schiff für einen guten preis verkauft das war das einzige mal dass dann bei einem handel den kürzeren gezogen hat ich bin mir sicher es waren ratten kennt ihr jungs den seltsamen kerl dort auf der anderen straßenseite habe gesehen wie du von den typen da hinten eine karte gekauft hast schon mal geguckt vielleicht solltest du an einer anderen quelle suchen unsere karten sind top qualität nicht wie das altpapier das der clown da drüben anbietet nein war nur ein witz die sind wirklich kopien der tagesordnung des letzten treffens der piraten gewerkschaft die wollen die leute nicht mal geschenkt willst du eine nein aber wenn ihr mir zwei gold geben würdet gut das klingt fair alles klar ich gehe dann mal wieder und schwupps haben wir zwei gold mehr auf dem konto abzüglich natürlich der hunde die wir für die karte gekauft haben aber naja so hier nehmen wir auf jeden fall das gummihuhn das brauchen wir noch mal sehen was ein glas mit fledermauskot eine schachtel mit geräten sortiert ein streuer mit affenschuppen und ein paar katzenknöchel wie barbarisch womit kann ich dir helfen junge warte sag nichts gar nichts ich kann einen namen spüren er ist die bräuchte 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 habe ich recht stark haben sie noch andere tricks drauf ich brauche keine tricks ich kenne nur die wahrheit also deine gedanken teilen mir mit dass du an deiner zukunft interessiert bist bist du sicher dass du das wirklich willst ja sagen sie mir alles was passieren wird ich habe eine vision ich sehe dich auf einer reise einer langen reise du bist kapitän eines schiffs ja ich sehe was was sehen sie ich sehe einen riesigen affen ich sehe dich in inneren dieses affen ich kitt warte es wird noch klarer deine reise wird mehrere teile haben du wirst dinge sehen die man nicht sehen sollte du wirst dinge hören die man nicht hören sollte du wirst dinge lernen die man nicht wissen sollte was für dinge ich hasse überraschungen nein dafür ist die zeit noch nicht reif wenn du deine bestimmung kennst komm wieder dann werde ich dir alles erzählen hoch und da war sie weg so dann wie versprochen gehen wir jetzt erstmal shoppen da hat sie in der kasse gepiepst hallo ist hier jemand hallo in so einer verlassenen dunklen gasse könnte jemanden etwas zustoßen und zu dieser nachtschlafenden zeit gäbe es keine zeugen ja und leute die sich von hinten anschleichen könnte auch etwas passieren du willst mir also schwierigkeiten machen wie wer bist du überhaupt ich bin ein mächtiger pirat hör zu peep wood treep wood guy brush treep wood egal hör genau zu ich bin hier der polizeichef sheriff fester scheintop hör auf meinen rat das ist nicht die beste zeit mealy island zu besuchen eine sehr schlechte zeit sogar ich rate dir dringend einen anderen urlaubsort aufzusuchen einen sicheren ort junge fühle ich mich jetzt besser weil ein mann des gesetzes über diese stadt wacht erst mal gehen wir noch mal vorher ins gefängnis du musst mich hier raus holen ich bin einer opfer der gesellschaft und ein opfer des mundgeruchs geht hey jedem fällt es wäre seine art und frist zu halten wenn es außer ratten nicht zu essen gibt gut aber jetzt zum händler keiner da okay wir nehmen hier oben die schaufel und das schwert hier unten ich sag's gleich vorne weg clown ist sinnlos auch wenn jetzt keiner da ist das passiert doch immer ich bin kaum zwei sekunden von der theke und schon bin jetzt irgendein idiot gleich die glocke was willst du denn äh wegen diesem schwert was ist damit wie hoch ist der preis es kostet 100 goldstücke es kostet 100 goldstücke nimm's oder nimm's nicht nehm ich nehm ich die besten 100 goldstücke die du ausgegeben hast was willst du noch wegen dieser schaufel was ist damit wie hoch ist der preis noch so ein schatz sucher wie die kostet dich 75 goldstücke 速 school nehm ich prima die zahlen sich schnell aus glaub mir du buddelt's 75 gold stücke schneller aus als du denkst aber lass den andern auch noch was vom schatz übrig chöourg was willst du noch ich könnte ein pfefferminz gebrauchen Das sagst du mir? Hier, nimm eins. Bitte, nimm die ganze Rolle. Das macht ein Goldstück. Was willst du noch? Ich seh mich nur mal um. Hey, das ist keine Boutique. Mach was schneller. So, jetzt gehen wir wieder zurück ins Gefängnis und geben dem Gefangenen das Pfefferminz. Oh, Grokko Mint. Wie erfüßend. Danke. Hast du es gekommen, mich zu befreien? Wer bist du? Mein Name ist Otis. Zumindest vermute ich das. Ich bin so lange hier drin. Kann mich kaum erinnern. Du musst mich herausholen, bevor ich den Verstand verliere. Siehst du nicht, dass ich unzuldig bin? Aber warum sitzt ein Unschuldiger im Gefängnis? Es wurde reingelegt. Ich habe die Blumen nicht mal angerührt. Was für Blumen? Die gelbe Kanichi Endormiorchidee, auch Hundeslaufblume genannt. Es ist verboten, sie zu pflücken. Sheriff Scheintop ist ein ziemlicher Trottel, wie? Kein Serz. Fester Scheintop ist der übelste Kerl auf Mealy Island. Glücklicherweise hat ihn die Gouverneurin unter Kontrolle. Wir hatten einen fairen, netten Kerl als Serif. Doch der ist unter mysteriösen Umständen verstorben. Alle auf der Insel glauben, der neue Serif hätte etwas damit zu tun. Ich glaube, das reicht, Otis. Hoppla! Ich hoffe, du hast nicht zu viel Zeit mit dem dreckigen Halunken verschwendet. Er würde alles tun, um nicht seiner Strafe abzusitzen. Nun, ich glaube, er ist unschuldig. Lassen Sie ihn raus? Fremder, kümmere dich um deine eigenen Geschäfte. Hier entscheide ich, wer schuldig oder unschuldig ist. Entschuldigung? Hör zu, ich weiß nicht, was du vorhast, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es illegal. Also vergiss es lieber. Wo immer du auf Mealy Island hingehst, ich passe auf und wenn du eine falsche Bewegung machst, kannst du hier drinnen ein paar Jahre schmachten. Na, ist das eine Kotzbrocke? Siehst du jetzt, was ich hier ertragen muss? Du gehst besser, bevor du uns beide in Schwierigkeiten bringst. Dann gehen wir wohl mal lieber.